So, herzlich willkommen zurück zu Warhammer Battlemarch. Ja, da sind wir wieder, müssen die Mission nochmal machen. Führt mich, Gott des Todes. Da hab ich ja so viel Lust drauf. Oh Mann, ey. Ich beherrsche alle Hexenkünste. Führt mich, Gott des Todes. So, wir wissen jetzt ja schon, dass da rechts nichts ist. Mein Wissen ist unermesslich. Führt mich, Gott des Todes. Deswegen können wir hier oben auch gleich weitergehen. Der Gott des Todes führt mich. Ich beherrsche alle dunklen Künste. Herrin, die Überlebenden der Vorhut sind hier. Es sind soeben neue Informationen eingetroffen. Ja, ich weiß zwar nicht, warum man Schwarze gerade in die Vorhut tut, aber naja. Werde mich fragt, völlig das Schwachsinn. So, wie lange brauchen die da rüber? Na ja. Na ja, na ja. Und zack. Jetzt hab ich bei denen irgendwie nicht so viel Schaden gemacht wie sonst. Eigentlich hab ich den Schaden in der Größe in Erinnerung. Für den Hexenkönig. Endlich wer will. Für den Hexenkönig. Ich werde meine Position umfassen. Nicht hier. So, jetzt waren hier oben noch Gsenke. Die schwächlichen Feinde wurden gesichtet. Zauber. Ich muss mich dem Töten hingeben. Niemand kann uns aushalten. Die lauten die Befehle. Dein Gleis ist, um seine Ehre, euch ein weiteres Mal dienen zu dürfen, edle Mistress. Mein Vat ist geebnet. Mein Vat ist geebnet. Die sehen mich aber auch nicht. Ich rede da wirklich schon so dicht dran. Und die sehen mich einfach nicht. Meine Klinge ist bereit. Meine Todeskünste sind vollendet. Was wünscht ihr? Was wünscht ihr? Was wünscht ihr? Ja, bitte? Sehr gut. Gut, dann kann sie schon hier hin. Wen dürfen wir töten? Ich werde unsere verhassten Artverwandten auslöschen. Die schwächlichen Feinde wurden gesichtet. Du kannst da hin. Und du sammelst das noch ein. So sieht es doch aus. Ist das ein Befehl? Ich werde meinen Weg nehmen. Eigentlich waren die Optionalmissionen immer die einfacheren, aber die ist es jetzt leider gerade mal nicht so, also einfach von der Schlacht her ist es ja schon, ja, es ist eigentlich gar keine richtige Schlacht, aber der Schluss ist halt extrem nervig. Führt mich, Gott des Todes. Wen dürfen wir töten? Erst verbeugen, dann sprechen. Habt ihr Befehle? Das ist so eine scheiße Steuerung. Wenn ich jetzt STRG gedrückt halte, weil ich die Exonot da nicht mitnehmen will, dann... Gibt er mir nur die Exonot da, das ist... Los voran, blöder Viecher! Oh Mann, ey. Die schwächlichen Feinde wurden gesichtet. Dem Namen des Gott des Todes. Ich werde unsere verhassten Artverwandten auslöschen. Mich giert nach Tod. Ja, mich aufbehalten nach dieser Mission. Die Dunkelheit gibt mir Schutz. Ich bin der Bluthanker Keynes. Da koppieren sie. Nur der Tod erwartet sie. Der Feind wagt einen Angriff gegen euch. Sieh nicht Sklavendinge. Ich spüre die Winde dunkler Magie um mich herum. Gut. Ich gehe jetzt nach Tod. Ich komme jetzt nicht so für diese Seils und dann die Problitzkanone. Die ich dann wieder alleine aushalten werde. Ich spüre die Winde dunkler Magie um mich herum. Vorwärts, Edelritter! Meine Klingen sind unfehlbar. Die Dunkelheit gibt mir Schutz. Das haben wir wirklich auch immer schneller. Ich will unsere verhassten Artverwandten auslöschen. Meine Klingen waren die Richter tausender Opfer. Ich umgebe mich mit den Schatten. Meine Schritte bleiben verborgen. Niemand wird mich bemerken. Der Feind wagt einen Angriff gegen euch. Ich werde blitzschnell töten. Der Tod kommt leise. Wie die einen einfach nicht entdecken. Die Gifte sind meine Freunde. Außer wenn ich zuschlage. Ich werde blitzschnell töten. Mein Vat ist gehebeld. Erwartet der Tod. Das könnt ihr ja mal knicken. Laufschnell! Sehr schnell! Mich giert nach Tod. So, ihr habt zur Vorblitzkanone. Ich beherrsche alle Hexenkünste. Noch mehr Opfer für Cain. Ich gehe meinen eigenen Weg. Zermalm sie! Meine Klingen waren die Richter tausender Opfer. Die schwächlichen Feinde wurden gesichtet. Ja, ja. Wir sind ja. Es muss wieder frisches Blut fließen. Ich muss aber die Vorblitzkanone sichten. Die Dunkelheit gibt mir Schutz. Ihr Atem wird bald schon ersticken. Zack. Der Feind fragt einen Angriff gegen euch. So. Noch zwei weitere Angriffe und das Ding ist hin. Mein Wissen ist unermesslich. Können wir schon mal vorrücken. Die Gifte sind meine Freunde. Was macht Nien da jetzt? Oh. Äh. Das war wohl ein Crit. Eigentlich braucht man dafür drei. Naja, okay. Zwei ist natürlich noch besser. Der Gott des Todes führt mich. Die Dunkelheit gibt mir Schutz. Der Gott des Todes führt mich. Meine Klingen sind unfehlbar. Die Dunkelheit ist mein Freund. Ich beherrsche alle Hexenkünste. Der Feind wagt einen Angriff gegen euch. Das war jetzt aber nicht sehr nett. Ich bin der Bluthenker Kane. Die Dunkelheit gibt mir Schutz. Nein, das wollte ich auch gar nicht machen. Das wollte ich machen. Wir sind die Elite, Nagarots. Ein würdiges Opfer für Kane. Ja, sehe ich auch so. Ich spüre die Winde dunkler Magie um mich herum. Das Schlachtfeld sei unser Tempel. Was sagen die? Das Schlachtfeld sei unser Tempel? Das Schlachtfeld sei unser Tempel. Nicht schlecht. Die Flüsse werden zu Blut strömen. Dieses Land muss geopfert werden. Dieses Land muss geopfert werden. Die reden halt so, wie Hexenkriegerinnen halt reden. Meine Klingen waren die Richter tausender Opfer. Mein Wissen ist unermesslich. Ich benötige noch mehr Sklaven. Meine Todeskünste sind vollendet. Gut, jetzt geht es wieder zum Kristall. Und dann schauen wir mal, ob wir das diesmal besser hinkriegen. Irgendwie ist die Musik schon wieder weg. Die flächlichen Feinde wurden gesichtet. Führt mich, Gott des Todes. Ich werde den Todespfad gehen. Sie werden Opfer für den Gott der blutigen Hande. Nein, fragt einen Angriff gegen euch. Sie werden Opfer für den Gott der blutigen Hand sein. Mein Hass ist meine Stärke. Dies wird ein ruhm Rund. Und da tanzt der Verdammnis. Ihr wächlichen Feinde wurden gesichtet. Ihr Blut soll stürmen. Noch mehr Opfer für Cain. Mein Pfad ist geebnet. Die Dunkelheit gibt mir Schutz. Ich beherrsche alle dunklen Künste. Es muss wieder frisches Blut fließen. In mir kommt die Musik wirklich nicht wieder. Hm. Komisch. Wir werden die Feinde angreifen. Na, jetzt macht sie platt, Mann. Kleine Kugeln, so große Bestien nicht verletzen. Ja, ja, ja. Explodiert sind sie. Ja, daher kommen die magischen Kräfte. Oh, was für eine Macht. Ich muss näher an sie heran. Wir werden eure Leichen fressen. Ihr Eindringlinge. Dieses Land muss... Nein, im Wasser ist überall Gift. Wir werden sterben, wenn wir es zu überqueren versuchen. Das ist kein natürliches Gift. Das ist Hexerei. Wir müssen einen Weg finden, diesen räudigen Priester zu töten. Wir folgen eurem Befehl. Wie lauten die Befehle? Vorrücken, elende Hundesöhne! Bewegt euch geschwind vorwärts. Ich werde unsere verhassten Artverwandten auslöschen. Ja, irgendwie soll man die ausschalten. Ich weiß nur noch nicht wie. Einmal habe ich eine Schriftrolle bekommen. Mit der ich ein Regiment kurz kontrollieren könnte. Wie lauten eure Befehle? Ich denke, so in diese Richtung geht es, aber dazu müssen wir es machen. Die schriftlichen Feinde wurden gesichtet. Ein paar Gegner ausschalten, die sich hier zu uns nähern. Herrin, wir sind umzingelt. Sollen Sie kommen? Sie haben keine Chance. Bringt unsere Truppen auf die Insel in die Nähe des Kristalls. Das ist ein guter Ort, diesen Abschaum zu vernichten. Auf die Insel in die Nähe des Kristalls. Aber wir können ja nur das hier mal hin. Ich werde unsere verhassten Artverwandten auslöschen. Zusammen bleiben! Dort ist noch ein Regiment Dunkelelfen gefangen. Die schwächlichen Feinde wurden gesichtet. Tötet die solchen Priester um den Zauber mit dem Wasservergübte wurde zum Brechen nur von drei getötet. Es muss wieder frisches Blut fließen. Ich spüre die Winde dunkler Magie um mich herum. Der Feind wagt einen Angriff. In Skaven macht das Giftwasser nichts aus. Hm. Noch mehr Opfer für Kaven. Die schwächlichen Feinde wurden gesichtet. Na, dann kommt er. Wie lauten eure Befehle? Wir agieren nach einer Schlacht. Meine Todeskünste sind vollendet. Endlich Blut fließen! Noch mehr Opfer für Kane. Komm, aber fast nur Nahkämpfer. Also von daher ist das hier bisher ein Problem, dass es zum Gegenstand der Tod kommt leise. Oh, heute hat er keinen Platz mehr. Kann man nicht irgendwie was droppen? Aber ich benutze es einfach. Nur der Tod erwartet sie. Kann nur von generell aufwohlen werden. Ich spüre die Winde dunkler Magie um mich herum. Na, ich kann nur sie aufsammeln. Na gut, dann ähm. Der Feind wagt einen Angriff gegen euch. Lassen wir die jetzt erst mal jetzt zu Ende killen. Dann sollen wir es rein. Ich gehe, wohin es mir gefällt. Jetzt haben wir die Schrift oder die überragenden Herrschaft. Einmal diese Zauberspruch ermöglicht für 60 Sekunden. Die Kontrolle über die feindlichen Ziele kann nur von Lies einsetzt werden. Damit soll man wohl einen von den Seuchen Priestern ausschalten. Denke ich mir mal zumindest. Ich hoffe, dass es klappt. Ich hoffe, dass es klappt. Angriff! Ein würdiges Opferverteidung ist stark, stark! Bleiben noch zwei. Tötet für die gehörnte Ratte! Die Schlacht ist unser! Zeigen, Sklaven, wie kämpfen geht! Jetzt habe ich da ein bisschen Zeit verklemmert. Aber mit 60 Sekunden kriegt man eigentlich sowieso nicht drei Stück platt. Ich beherrsche alle Hexenkünste! Naja, da steht nur Gegenstand. Da steht nicht wieder Missionsgegenstand. Noch zwölf Sekunden, da werden die es wohl nicht schaffen. Naja. Wie komme ich jetzt nochmal an so eine Schriftrolle ran? Die müssen die Schriftrolle jetzt nochmal erlauben. Ach so. Dadurch, dass sie jetzt gegen mich gefallen sind, haben sie die wieder geworbt. Ah, okay. Das brauche ich aber... Dieses Land ist geschwängert von Menschengestank. Das bräuchte ich allerdings noch ein Gegner. Und ich sehe keinen. Wenn ich doch nur fliegen könnte. Ja. Los voran, blöde Viecher! Ich beherrsche alle Hexenkünste! Ah, jetzt kommen welche. Sehr gut. Endlich. Hat auch gedauert. Jaaaa... Kommt zu Mama. Kommt zu Papa, wo ich gerade dran war. Aber die erste ist eine Frau. Ich werde unsere verhassten Artverwandten auslöschen. Fürchtet meinen Zorn! Fürchtet meinen Zorn! Ich werde unsere verhassten Artverwandten auslöschen! Wir wurden gesichtet! Unsere Rüstung ist stark! Stark! Spürt meine Macht! Elende Narren! So, der ist gleich Geschichte. Ein würdiges Opfer! Unsere Rüstung ist stark! So, jetzt nach unten. Die Nächsten töten. Vielleicht schaffen die es ja noch hin. Wir erobern für gehörnte Ratte! Äh... 48 Sekunden. Die Schwächen ist unermesslich! Da haben wir noch so'n Gegenstand. Erst verbeugen, dann sprechen! Noch ein Missionsgegenstand! Ich werde unsere verhassten Artverwandten auslöschen! Meine Todeskünste sind vollendet! Die Flaseldinge! Lauft! Noch mehr Opfer für Cain! Okay, den wird jetzt nicht noch mal verloren. Ich hoffe, ich rieb jeder jetzt nicht, wenn ich das einsammel. Dies ist auch mein Wille! Das ist nämlich ziemlich nah am Gift. Dieses Land ist geschwängert von Menschengestack! Mein Hass ist meine Stärke! Meine Macht reicht weit! Der Feind ist meine Stärke! Sehr gut! Sie töten! Töten für den Meister! Dann haben wir es jetzt auch gleich! Turt in Asur! Was war denn die Tricky Mission? Die schwächlichen Feinde wurden gesichtet! Nein! Angriff! Der Feind wagt einen Angriff gegen euch! Das war irgendwie klar, ne? Ich traue mich nicht, das da einzusammeln! Mein Hass ist meine Stärke! Unsere Rüstung ist stark, stark! Ich spüre die Winde dunkler Magie um mich herum! Wir kämpfen hart und hart! Und da ist die Zeit jetzt hier gleich um! Ich beherrsche alle dunklen Künste! Mein Hass ist meine Stärke! Ich entscheide mein eigenes Schicksal! Fürchtet meinen Zorn! Die Nicht-Sklaven-Dinge! Lauft! Noch mehr Opfer für Cain! War irgendwie klar, dass da jetzt keine neue Schriftrolle kommt? Oh Mann ey! AdSend! Jaaaa! Jetzt kommt mal her! Und nicht wieder zurückgehen! Kommt! 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 Ich habe lange die dunklen Künste studiert! Mein Wissen ist unermesslich! Erst verbeugen, dann sprechen! Ich beherrsche alle dunklen Künste! Ich beherrsche alle dunklen Künste! Ich bin nicht entkommen! Sehr gut! So jetzt brauchen wir neue Gegner! Von irgendwo! Oh! Mach doch! Und komm neue! Sehr gut! Niemand darf mir im Wege stehen! Wären wir zwar lieber gewesen, aber wir müssen jetzt nehmen, was kommt! Zeit deine Verbeugung! Ich gehe meinen eigenen Weg! Mein Hass ist meine Stärke! Mein Hass ist meine Stärke! Niemand darf mir im Wege stehen! Wir sind die besten Kämpfer! Wir machen Plan vom Meister zu Erfolg! Dieses Land ist geschwängert von Menschengestank! Gut! Äh... Menschengestank? Nicht gut! Äh... Aber der soll ich im Priester, der wird jetzt gleich drauf gehen! Aber ich wünsche, man könnte vorspulen! Damit ich es euch einfach auch ersparen könnte! Aber es ist leider nicht möglich, weil es das nicht gibt! Wir kämpfen hart, hart! Ja, falls ihr mich eh... äh... Wenn ihr mich übrigens auf Twitch noch nicht kennt, dort streame ich regelmäßig... Ja, also fast jeden Tag... Könnt ihr mal reinschauen, Link ist unten in der Beschreibung... Dort spiele ich... äh... Aber keine alten Wormer-Spiele! Ich spiele dort die neueren Wormer-Spiele, die auch geguckt werden! Ist ja ganz klar! Sowas wie Total Wormer 2! Oder auch bald der dritte Teil! Oder wollen wir Wormer-Wormer-Wormer-2? Spiel ich auch noch ab und zu! Ein würdiges Opfer für... Der Weg ist frei, gehen wir! Ich beherrsche alle dunklen Künfte! Ich werde die Droschi führen! Die Gifte sind meine Freunde! Ich beherrsche alle Hexenkünstler! Oh, was war denn hier? Ich stamme aus den höchsten Kreisen Nagaros! Aber ich will das Regiment hier unten noch befreien! Fühlt mich, Gott des Todes! Noch mehr Opfer für Cain! Vorwärts Elfen von Nagaroth! Schnell Bewegung! Ich beherrsche alle dunklen Künste! Ich entscheide mein eigenes Schicksal! Oh, ich krieg die Schriftrolle immer noch, ob ich die dann auch in andere Missionen einsetzen kann? Obwohl ich die behalten darf, die Schriftrolle? Hm... Wäre ja nice, wenn ja! Die schwächlichen Feinde wurden gesichtet! Ne, das sind keine Feinde! Achso, das hier unten! Ja, das sind Feinde! Meine Todeskünste sind vollendet! Todesmaske! Schauen wir uns später an! Im Namen des Gott des Todes! Ich spüre die Winde dunkler Magie um mich herum! Siegel von Brond! Zeigt eine Verbeugung! Verbeugung! Angriff! Unsere Soldaten sind für alle bereit... Eine Angriff! Nur der Tod erwartet sie! Auf die Feinde vorrücken! Nur der Tod erwartet sie! Wo bist du denn? nur der tod erwartet sie da drinnen über ein gemetzel war lange musste ich auf diesen tag warten was wünscht ihr dies wird eine blutige schlacht da waren jetzt unten mehr gesparen als ich dachte ich werde unsere verhassten art verwandten auslöschen ja bitte dies wird eine blutige schlacht zeigt eine verbeugung die spielträger hätte ich gerne noch mitgenommen ich benötige noch mehr sklaven sehr gut meine gifte sind bereit meine todeskünste sind vollendet endlich meine frisse und in der vier emissionen muss ich sagen was trinken einmal hin 6500 gold so viel brauchen wir gar nicht der schwarzen gerade werde ich mal natürlich hier alles und top machen und auch ein bannerträger verkaufen aber ich habe kein bannerträger das ist leider immer nur begrenzt so okay man geht doch ganz schön drauf scheiße das muss ich erstmal kommen ob ich die verlassen wieder aufgestockt bekommen er bekomme ich jetzt nicht warum man jetzt habe ich so viel ausgerüstet aber es macht nix wenn wir genug regimente welches regimen braucht noch verstärkung 32 36 geht noch warum wir die noch kriegen wir sind allerdings auch nicht alle voll noch ein g gut naja ich bedanke mich dann fürs zuschauen und dann sehen wir uns wieder in der nächsten folge oder im live stream